Ah! Das ist der Dreck einer! Ja, ja, ich komme! Alter, die ganze Zeit oben oder was? Oh, nice, nice! Nooo! Es hat diese Weapon verändert! In dem Spiel! Ich liebe dieses Spiel! Ah, du verdammte Arsch! Das macht mich so crazy! Guys! Only für euch! Dennis, nein, bitte! Mein Herz! Mein Herz! Nein, nein! Nein, nein! Er will wieder singen! His Freunde sind hier! Oh, shit! Oh, mein Gott! Von hinterher! Von hinterher! Von hinterher! Das ist ein Boller! Nice! Komm schon! Komm schon! Oh, nein! Sorry! Oh, mein Gott! Ich glaube, du wird... Da kommt noch ein, von der Luft! Von der Luft! Komm schon! Von der Luft! Komm schon! Komm schon! Oh! Oh, mein Gott! 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 Ja, aber ich bin ja der Noob-Weiße! Ja, ne? Ja, der ist ja der Noob! Der ist ja der Noob! Der ist ja der Noob! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ja, Quatsch! Oh, mein Gott! 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 Ja, warum war ich denn näher dran als ihr beide? Was ist los? Ach so, da oben! Oh, mein Gott! Ja, ohne Niveau! Oh, mein erster Kick! Oh, das kann doch nicht sein, ey! Darf ich doch nicht mal hier in Ruhe landen? Nein, darfst du nicht! Nein, darfst du nicht! Kannst nur fahren! Ich hab was getrunken! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich sitze Claymore, ich sitze Claymore, ich sitze Claymore! Renn dich so ins Haus rein. Naja, ich sag das dir und renn selber rein, ich Idiot. Ja, wollt grad sagen, warum hast du ja jetzt da drinnen. Kohle sammelt. Alles klar. Auf mich Gott. Ja! Oh, voll geil. Erster Tipp. Zweiter Clay. Nein, auf. Warten wir mal einen. Echt, du gibst ja ins Clay. Noll. Ach, echt? Da krieg ich mir einer. Ja. Und der TGS hat einen zweiten Kill? Äh, ich hab's natürlich schon am ersten Kill gesehen, aber... Nein, nicht ganz knapp. Aber, äh, ich wollt mich jetzt nicht meine Konzentration nicht stören. Ah! Hast du? Ja, und wie ich den hab? Da hab ich mich erschrocken, Alter. Ohne Witz. Alter, ah! Ich hab voll gerade gezuckt, ey. Ja, ich hab in dem Moment auch gezuckt. Ja! Ja! Nein! Och, Mann! Eähä.. Nee, das ist kein Gegner. Das war meine eigene Schuld! Ach, du! Ach so! Ja, Und ich hab schon damen Panik, weißt du ist hier irgendwas? Neee, nee, ja, ich auch, ey. graphsails Ja, und dann? Nö, immer meine eigene Schuld. Ja, ich wollte eigentlich hingehen, oben in den Turm starten, wollte dann runter und natürlich, sonst, wenn ich es gerade nicht gebrauchen kann, wollen sie runterspringen und tript jedes Mal... Munition, Munition, hier! Der Wigs hat mein Auto geklaut. Das ist meine Lackierung, du Arschloch! Weißt du, wie teuer die war? Ja, war ein Garteskind. Ich bin ein Känguru, ich bin ein Känguru, ich bin ein Känguru, ich bin ein Känguru... Aber der Nils ist in einem anderen im Knast. Aha. Weil der sieht uns nicht. Lustig. Guck mal, ich bin ein Känguru. Ich bin auch ganz alleine hier. Ja, das ist ja klar, ich auch. Guck mal, ich bin ein Känguru, ich bin ein Känguru, ich bin ein Känguru... Junge, ich bin wie James Bond. Junge, spring runter! Hab ich doch! Ich bin James Bond, Mann! Pierce Brosman wär stolz auf mich! Ja, wenn überhaupt! Äh, nein! Zau! Zau! Nimm mir meine Hoffnungen nicht und meine Träume! Auto, Auto, Auto... Ja, 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 ja... Ab Gesehen! Wuhu! Bitte! ist er jetzt im selben gebäude oder nicht alles klar denn es wird gejagt das war schön starte dankeschön ihr weg da wie gejahle wir hatten so viele chancen ja schön aber ich muss erstmal das geld zusammen kriegen du bist mir einer die kannst du so nehmen wo hast du da markiert das ist eine einkaufswagen meinst du mal gucken da wird geballert direkt bei dir ist einer junge weißt du was du markiert hast du vogel du hast den einkaufswagen markiert du bist mir einer von wegen vorrat ja eigentlich hast du da jetzt noch vorrat ne nicht eigentlich da ist nichts ich hätte ihn töten können und dann bin ich in den abgrund gefallen also von mir aus ja gut dann hast du hier 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 okay ja komm er hat gesprungen ja toll einer ist jetzt alleine super das war jetzt echt gut von uns drei du hast gesagt jetzt hier ja ich hab endlich auf die karte geguckt habt ich hab mitten im meer gezeigt ja 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 ich bin jetzt davon ausgegangen dass der meint wir sollen hier recht rausspringen also das ist jetzt nicht mein fehler ich bin jetzt hier ja nein 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 das gibt's nicht ich hab den Fall schon zu spät haben geöffnet AAAAAAAA 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 bei der Panik die war so Felix ja wir sind gleich über dir ich war in die Richtung von hier ich weiß ich seh jetzt der ist hier unten der ist ja beide unten ja der ist ja beide unten egal jeder hat was Leute ha 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 WUHU HA HA HAH HA 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 du hast was Schöneres wie ich ich muss es zerstören AAAAAA AAAAAAAA ich töte es und nicht schlecht ne ein Quatsch ein Auto und Helikopter jetzt brauchen wir nur noch ein LKW und den Mer- und Mercedes und den Mercedes und den Mercedes brauchen wir noch Da ist noch einer, hier. Da ist ein Gas drin. Da ist ein Gas drin, da könnt ihr ihn, glaub ich, vergessen. Hey, ich hätte vergessen, voll Gas zu klauen. Hau da. Ab ihn. Jo. Ja, weiter, Dennis, lauf, lauf, der Null. Ja, ich hab jetzt gerade gedacht, das ist bei mir, bei einer Waffenlieferung. Ne, ne, hier ist keiner. Ja, weil er gesagt hat, da sind noch welche, und es gibt noch eine Panikattacke. Ich hab doch extra markiert. Krieg ich die jetzt? Und? Ah, zumindest Kopftreffer. Alter, lass los, Alter. Hat jemand ein Auto? Ja, ich bin... Nee, aber ich bin schon längst losgelaufen. Weg. Tot. Kill. One shot, one kill. Bitches. Die stehen da, beide unten, die liegen da, die liegen da. Hol sie hier. Hit. Juhu. Ich bin glück, Alter. Weil ich konnte gerade nicht mehr schießen. Ich bin glück. Ich bin glück. Ich bin glück. Ich bin glück. Vielen Dank.